Huawei erlebte als einer der ersten chinesischen Angreifer im europäischen Premium-Smartphone-Segment, besonders durch die Innovationen im Bereich des Kamerasystems, in den letzten Jahren einen riesigen Erfolg. Wo und wieso sie jedoch aktuell stehen, sollten allen bekannt sein. Die ganze Thematik bekam seinen Druck als erstes beim Huawei Mate 30 Pro. Ursprünglich geplant als Nachfolger des erfolgreichen Mate 20 Pro, machte es sehr viele Investitionen im Bereich Design und Kamerasystem. Wegen den oben angesprochenen Problemen wurde ihnen jedoch der Hals zugeklemmt, sodass sich dieses Premium-Smartphone absolut nicht verkaufte. Und bis heute ist der gebrauchte Preis ebenfalls noch ziemlich stramm. Deswegen blicken wir heute einmal zurück auf die Geschichte und das bis heute sehr starke, langlebige Smartphone. Das Video wird nicht so lang. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende dran, denn es gefällt mir selber sehr gut. Vielen Dank! Was das Design angeht, war Huawei beim Mate 30 Pro mal wieder ziemlich mutig unterwegs. Das führte schlussendlich zu viel Kritik und Lob gleichzeitig. Besonders rückblickend auf die Rückseite ist es auch nach zwei Jahren immer noch ein sehr zeitloses Design. Wie bei jeder Generation an Mate-Flaggschiffen gab es den Prozess von, was soll das denn werden, bei den ersten Leaks zu ganz okay nach dem Launch, zu dem legendären Design für das nächste ganze Jahr. Das liegt daran, dass die Mate-Reihe entgegen des Trends immer eine neue Kameraposition ausprobierte und dies immer auf einer hochwertigen Art umgesetzt bekommen hat. Es stellt die beste Balance zwischen Wiedererkennbarkeit als auch harmonischem, symmetrischen Aussehen dar. So auch beim 30 Pro. Auch wenn mir persönlich die Farben in den Glas-Versionen nicht eindeutig zusagen, finde ich das Kameramodul genau perfekt positioniert und durch den Ring herum ergänzt. Als einziges Modell der Mate-Reihe hat es das Huawei-Logo und die Leica-Spezifikationen waagerecht platziert, mit der Intention, es in dieser Richtung wie eine echte Kamera zu halten. Die Vorderseite ist ebenfalls ein Grund, wieso ich das Design absolut premium finde. Der Punkt liegt einfach beim Waterfall-Display. Und ich weiß, dass es viele unpraktisch finden, kann ich auch nachvollziehen, aber objektiv betrachtet ist es auf den ersten Blick mit virtueller Lautstärkesteuerung einfach sehr beeindruckend und anziehend, etwa wie das zweite Display auf der Rückseite beim Mi 11 Ultra. Zumindest aus Herstellersicht ist das genau das Ziel, das man mit Design erreichen möchte. So schätze ich die Huawei Mate-Reihe vom hochqualitativen Design als ersten und einzigen Konkurrent für die aktuellen iPhone Pro Modelle ein, auf das man auf der Straße auch mal angesprochen wird. Nach vielen anderen Flaggschiffen danach fällt beim Mate 30 Pro immer wieder die perfekte Kontrolle der äußerlichen Abmessungen auf. Im Vergleich zu allen anderen Flaggschiffen mit der maximalen Hardware-Ausstattung, sind die zwei Modelle Mate 30 Pro und P40 Pro von der Größe mehr im Rahmen gehalten, was den Geräten ein außerordentlich hochwertiges Gefühl verleiht. Mit dem Gewicht von unter 200 Gramm wirst du bis heute nur sehr wenige Flaggschiffe finden, die besser in der Hand liegen. Die Notch vorne wirkt eventuell groß, aber in Realität ist sie neben dem Mate 40 Pro vielleicht die am besten ausgenutzte Notch auf dem Markt jemals. Abgesehen von einer sehr guten dreidimensionalen Gesichtserkennung, die für mich besser als Face ID denn auch im Querformat funktioniert, gibt es einen Haufen intelligenter Funktionen, die den Alltag vereinfachen wollen. Neben dem zum Beispiel Verstecken von Benachrichtigungen bei Annäherung einer zweiten Person, berührungslosen Gesten, stelle ich besonders meine wichtigste Funktion vor, nämlich automatisches Drehen. Normalerweise habe ich diese Funktion, da sie auf dem Tisch, im Bett oder beim schrägen Verwenden einfach zu schlecht funktioniert, immer deaktiviert. Die Geräte der Huawei Mate Reihe verwenden die Sensoren in der Front, um deine Blickrichtung zu scannen. So wendet sich das Smartphone immer nach der Richtung deiner Augen. Wenn du auf dem Sofa liegst, ist das Bild auch entsprechend im Hochformat. Das ist wirklich ein sehr gelungenes Feature, das mir den Alltag persönlich vereinfacht hat. In der Kamera App kennen wir es von anderen Smartphones so, dass die Sensoren im Smartphone oft ungenau sind und man die geschossenen Bilder im Nachhinein noch einmal drehen muss. Das Mate 30 Pro verwendet auch hier die Sensoren und dreht das Bild nach deiner Blickrichtung, sodass alle Ergebnisse im richtigen Winkel sind. Abschließend kann ich sagen, trotz dessen, dass es sich hierbei um ein Smartphone aus 2019 handelt, ist es designtechnisch immer noch eines der elegantesten und definitiv anderen Smartphones im gleichen Preisbereich voraus. Zumindest wenn ich die immer gleiche Puncho links oben mit Dual Curve bei den aktuellen Flaggschiffen sehe, bin ich dann doch schon ziemlich enttäuscht. In der Vergangenheit und auch Gegenwart haben Huawei-Flaggschiffe immer mehrere Display-Zulieferer gehabt. Dabei waren die besonders die Panels von BOE von der Klarheit noch weit hinter dem aktuellen Flaggschiff-Niveau. Die Mate 30 Generation gehört zu den seltensten Huawei-Geräten mit einer ganzen Reihe an Samsung-Displays. Egal auch von der Klarheit, den Blickwinkeln oder den Farben, schlagen sie qualitativ alle die meisten 40 Pro-Geräte. Das kann teilweise sogar wichtiger als die Auflösung oder eine hohe Bildwiederholfrequenz sein. Des Weiteren unterstützt dieses Display nette Funktionen wie adaptive Farben, ähnlich wie True Tone, für ein angenehmeres Betrachten, sowie die Seedimming, welches eher schonender für die Augen ist. Grüße an das iPhone 13 Pro. Im Vergleich ist der Lautsprecher schon unangenehmer. Wir haben lediglich einen Mono, was für die Position der Mates-Reihe schon etwas wehtut. Sind wir ganz ehrlich, es ist mit der beste Mono-Lautsprecher auf dem Markt, aber ab 80% Lautstärke fängt er an zu scheppern und die Tonqualität geht komplett weg und die Vibrationen sind ebenfalls ziemlich stark. Am besten klingt er aus etwas Distanz bei so 50% Lautstärke. Die Vibration Das haptische Feedback ist beim Mate 30 Pro ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau, denn als Mate 3er verwendet es den besten X-Achse-Vibrationsmotor von Huawei, der lediglich etwas weit oben positioniert ist. Dies dient des besseren Feedbacks bei Lautstärke-Steuerung, das wirklich sehr realistisch wie ein echter Knopf ist. Aber beim Tippen muss man sich anfangs etwas dran gewöhnen. Er ist jedoch wirklich sehr hochqualitativ. Das ein neues Smartphone mit einer aktuellen UI flüssig am Laufen ist, sollte selbstverständlich sein. Wenn ein altes Smartphone immer noch mit einer aktuellen Benutzeroberfläche flüssig läuft, dann zeigt das die Stärke des Herstellers. Beim Mate 30 Pro lässt sich heute die EMUI 11 bzw. Harmony OS 2.0 Benutzeroberfläche vorfinden. Ich weiß nicht seit wann die konstante Flüssigkeit die größtestärkste von Huaweis Benutzeroberfläche geworden ist. Ich persönlich bin jetzt viele Monate im Jahr mit einem Huawei Smartphone rumgelaufen, denn Ruckler, Abstürze, Frame-Drops gab es während der Zeit quasi nicht. Viele werden vielleicht fragen, wie ich den Unterschied von 90 oder 120 Hertz auf 60 Hertz nicht merken kann. Tatsächlich, im senkrechten Scrolling durch das Twitter-Feed ist auf jeden Fall das Verhalten von hoher Bildwiederholfrequenz geiler anzusehen, aber es beschränkt sich ja nicht nur auf das. Aktuelle hohe Bildwiederholraten, abgesehen von Apple, Samsung und Huawei, sind manchmal 120, manchmal gesperrt auf 60, manchmal durch Ruckler 3 Bilder pro Sekunde. Dieses Hin- und Herwechseln ist von der Nutzung sehr unangenehm. Insgesamt finde ich daher konstantes 60 Hertz langfristiger gesehen angenehmer als die Interpretation von 120 Hertz der meisten aktuellen Hersteller. Und wenn man sagt, iOS hätte die besten 60 Hertz auf dem Markt, dann wäre Huawei mit Harmony OS ganz klar auf der Platz 2. Und ich hatte vorher tatsächlich immer 120 Hertz Android-Smartphones in der einen und das Mail in der anderen Hosentasche. In der Nutzung ist es mir nicht länger störend aufgefallen. Diese Stabilität zeichnet sich besonders noch dadurch aus, dass Harmony OS nach meiner Erfahrung für normale Leute, die sich nicht besonders mit Technik auskennen, immer noch die sorgenfreiste UI ohne Nervigkeiten ist. Das macht es auch deutlich schwieriger, von ihr wegzuwechseln. Beginnt mit der guten Struktur und Verständlichkeit, zu dem beispielsweise umfangreichen Taschenrechner, intuitiven Dateisystem, Galerie, Fotobearbeitung, alles ist so, wie man es sich als normaler Nutzer erwartet. Letztens war ein Bekannten vom P40 Lite wegen den fehlenden Google-Diensten zum Poco F3 gewechselt, von den Hardware-Verbesserungen nichts bemerkt, jedoch viele Stellen in der Software einfach komplizierter und schwieriger zu verwenden, sodass er wieder zurückgewechselt ist. Des Weiteren muss man sagen, dass die Verbindung von Harmony OS heute mit anderen digitalen Huawei-Produkten sehr ausgereift ist. Das haben wir bereits intensiv in einem vergangenen Video thematisiert. Wenn du dich nach einem guten Android-Ökosystem umsiehst, unterstützt das Mate 30 Pro alle benötigten Funktionen. Natürlich, keine Google-Dienste muss man auch noch einmal erwähnen, denn für normale Nutzer wird das eine Einschränkung dagegen sein. In den vergangenen Jahren war die starke Akkulaufzeit immer neben der Kamera das größte Merkmal von Huawei-Smartphones. Die im Mate 30 Pro ist auch wirklich als letzte Mate-Generation anders gut. Durch eine 4500 mAh Kapazität, stromsparenden Komponenten, einem Kiri 990 SoC sowie sehr guter Optimierung wird man heute neben dem iPhone 13 Pro Max kein aktuelles gutes Flaggschiff-Smartphone mit einer besseren Akkulaufzeit finden. 7-8 Stunden Display-Nutzung sind nämlich jeden Tag drin. Es ist nicht das Gefühl, dass der Prozentstand nie nach unten fällt, aber im Alltag hat es einfach, egal wann, immer noch genug Akkuprozente übrig, um sorgenfrei aus dem Haus zu gehen, obwohl das letzte Mal aufladen schon sehr lange her ist. Ich sehe mehrere Kollegen, die mittlerweile mit einem damals ausreichenden Fine X2 Neo nur noch auf 3 Stunden Display-On-Time kommen und das Huawei ist daneben noch fast wie am ersten Tag. Auch wenn die 40 Watt Supercharging bis heute im Vergleich zu 65 Watt für 300 Euro Smartphones wirklich nicht mehr die schnellsten sind, weiß ich wirklich nicht, wer häufiger an der Steckdose hängt. Das Kamerasystem des Mate 30 Pro war damals ohne Vorhänge ganz oben angesiedelt. Als Nachfolger vom P20 Pro, P30 Pro, die die Geschichte kennen, wissen schon Bescheid. In den letzten Tagen meiner Verwendung war der größte Mehrwert für mich immer noch die dreifache optische Zoom-Kamera. Die, die mich kennen, wissen, dass ich hohe Brennweiten für ihren Look liebe. Das Mate 30 Pro kann man bis heute vom Zoom von dreifach bis fünffach gut verwenden. Die Fotos sind meistens ansehnlich. Auch wenn die Generation der Zoom-Kamera bereits aktuellen Nachfolger-Modellen nachsteht, habe ich nicht gedacht, dass es sich besser als 3, 4 Top-End-Flaggschiffe schlägt. Die restlichen zwei Kameras sind dann keine Besonderheit mehr, aber auch ziemlich stabil zum Verwenden. Besonders der Nachtmodus kann bis heute gut mitspielen. Vergleicht man die Kamera mit einem iPhone 13 Pro Max, dann wird der Vorteil noch deutlicher. Das größte Problem von ihnen ist aber immer noch die Farbwiedergabe. Nicht in allen Situationen, aber in manchen sind die Farben einfach sehr farblos, falsch und unangenehm. Wenn man Essen fotografiert, hat man meistens danach nicht so einen großen Hunger. Wenn man das Smartphone über die Zeit etwas kennengelernt hat, nimmt es teilweise schon die Lust auf das Fotografieren weg. Leider wurde dieses Problem erst bei der Mate 40 Generation wirklich vollständig behoben. Am Ende des Videos fragen sich viele vielleicht, wieso ich in 2021 genau das Mate 30 Pro gekauft und für ein Video herangezogen habe. Ziemlich random. Aber ich sage dazu nein. Im Vergleich zu heutigen Smartphones hat es vielleicht keine hohe Wiederholrate, keine so zuverlässige Kamera-Fahrbwiedergabe, keine zwei Lautsprecher, aber es hat immer noch das seltene Streben nach einzigartigem, hochwertigem Design und das Streben nach Einhaltung der Größe in einem Flaggschiff-Smartphone. Ja, bis heute finde ich nämlich kein eleganteres Flaggschiff-Smartphone als das Huawei Mate 30 Pro. Seine Akkulaufzeit ist im Vergleich zu heute nicht mehr nur eine Seltenheit und die restliche Hardware weist auch keine größeren Schwächen auf. Wenn du also für 400 Euro ein gutes gebrauchtes 30 Pro findest und ohne Google-Dienste im Alltag leben kannst, kein Problem. Du wirst damit wirklich sehr zufrieden sein, auch wenn es komisch klingt. Ich gebe dir ein reales Beispiel. Üblicherweise habe ich immer mehrere Smartphones bei mir herumliegen und nehme im Alltag nach draußen, ohne drüber nachzudenken, immer das mit, womit die Nutzung am meisten Sicherheit bietet. In den letzten Tagen, schau, welche Smartphones auf dem Kanal vorkamen, habe ich meistens immer zum Mate 30 Pro gegriffen. Nach den Erfolgen der Mate 20 und P30 Reihe kam das 30 Pro als erstes Huawei-Smartphone ohne die vorinstallierten Google-Dienste. Da im europäischen Markt sowieso eher die P-Reihe beliebten Heiden mit sich zieht und es keine größeren Neuerungen auf Werbeblättern zu sehen gab, wurde dieses Smartphone kaum vermarktet und der Ruf war nicht sonderlich gut. So viele Investitionen umsonst gemacht, denn für Huawei war die Generation Mate 30 das erste Mal der gewagte Schritt in Richtung einzigartiges Premium-Design. Sei es bei der Rückseite oder dem Water-Display vorne. Es war ein erfolgreiches Ausprobieren und Abheben von der Konkurrenz. Diese Veränderungen prägen die Smartphone-Welt bis heute. Und mit der Mate 30 Generation veränderte Huawei das Denken der Smartphone-Fotografie durch eine erste Investition in eine gute Ultra-Weitweigel-Kamera sowie das Streben nach Video-Qualität. In vielen der oben genannten Funktionen sehen wir eigentlich das Resultat der vierjährigen Investitionen in verschiedene Bereiche. Das ist genau das, was zur Zeit noch anderen chinesischen Herstellern fehlt. Warum kann das Mate 30 Pro ständig deine Augen tracken, um das Display zu drehen? Weil sie durch die entwickelte NPU des Kirin 990 unter sehr niedrigem Energieverbrauch Daten abgleichen können. Und Huawei war mit dem Mate 10 Pro in 2017 der erste Hersteller, der eine NPU in den SOC verbaute und Bewertungen wie unnötig oder nicht bemerkbar ignorierte. Im Quad-Kamera-System waren Huawei-Geräte ihrer Zeit voraus, weil sie die ersten waren, die durch mehrere Kameras die Bildqualität verbesserten. Es ist die langfristige Investition, die dafür sorgt, dass du dich in Zukunft mit eigenen Funktionen von der Konkurrenz abheben und sichern kannst. Das kurzfristige Verschwinden von Huawei gibt nun anderen chinesischen Herstellern die Chance, hier endlich einzusteigen. Ich weiß nicht, ob viele Leute wie ich sehr in der Nostalgie leben. Es war der Sommer 2019, an dem ich gerade die Branche betrat. Ich erinnere mich sehr genau, wie ich nach der Vorstellung aufgeregt alle Gruppen mit den Funktionen des Mate 30 Pro zugeschickt habe. Ich kam gerade aus der Reise mit den schönsten 6 Wochen im Leben zurück und habe bereits von dem nächsten Jahr geträumt, bis Covid-19 kam. Bis heute sind zwei Jahre danach wie im Flugvergang. Und von der Perspektive des sehnsüchtigen Ichs und des Warten auf eine nächste Reise ist gefühlt nichts passiert, aber von gegenwärtiger Perspektive rückblickend lernte ich viele neue Menschen kennen, durch jede einen Umzug, eine Klasse, eine Pandemie, einen YouTube-Kanal, viele Entwicklungen und Freundschaften. Im Sommer 2019 habe ich nicht einmal davon geträumt, irgendwann ein Mate 30 Pro hier in meiner Hand liegen zu haben. Ich habe es selbst erst Anfang 2020 im ersten Mediamarkt anfassen können. Zwei Jahre später habe ich wirklich meinen Traum erfüllt und bis heute gefühlt bereits alle Flaggschiff-Smartphones in den Händen gehalten. Wo stehe ich also in den nächsten zwei Jahren? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Aber ich weiß, dass ich meine Träume weiterhin verfolgen werde und vielleicht eines Tages, ohne an das Geld zu denken, mir alle Produktkäufe ermöglichen kann. Das Huawei Mate 30 Pro erinnert mich heute zurück an die alten Zeiten und gibt mir Motivation, nach vorne in die Zukunft zu schauen. Vielleicht mögen wir auch deswegen so gerne ein bestimmtes Smartphone. Nicht, weil es unser Alles ist, aber weil es einen wichtigen Teil von uns in unserem Leben bei seiner Entwicklung begleitet. Für meine aktuellen Verhältnisse als Smartphone-Fan fühlt es sich unglaublich lang an, dass mich das Mate 30 Pro jetzt zwei Monate begleitet hat. Aber selbst für diese zwei Monate, was darin passiert ist, in der Galerie sehe ich die letzten Tropfen der Sommerferien. Den Schulanfang, Eindrücke neuer, alter Produkte, Bilder einer verlassenen Freundin, Plainspotting. Also Zeit geht echt schnell vorbei. Okay, sollte euch dieses Video weitergeholfen, inspiriert oder entspannt haben, dann vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos rund um aktuelle Technikprodukte mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.